Im Sequenzdiagramm werden in der Horizontalen alle Interaktionspartner eingezeichnet, das sind die Objekte und die Akteure bzw. Akteurinnen. Die Vertikale repräsentiert die Zeitachse, auf der werden die Lebenslinien eingetragen. Nun wollen wir uns gemeinsam ansehen, was es mit diesen Lebenslinien auf sich hat. Wie gesagt, erfolgt beim Sequenzdiagramm die Darstellung der Interaktionen in zwei Dimensionen. Auf der horizontalen Ebene tragen wir die Kommunikationspartnerinnen ein. Das sehen wir am Beispiel des Sequenzdiagramms eines Datenbankzugriffs. Hier haben wir zwei Kommunikationspartnerinnen, nämlich einerseits ein Application Objekt und andererseits ein Database Objekt. Die Reihenfolge, in der ich die Kommunikationspartnerinnen angebe, ist unbedeutend. Jedoch sollte ich die Übersicht im Hinterkopf behalten. Das bedeutet, Kommunikationspartnerinnen, die zur Realisierung eines Kontextes öfters miteinander interagieren, werde ich räumlich näher zueinander anordnen, als welche, die seltener miteinander interagieren. Auf der vertikalen Ebene trage ich die Zeitachse ein. So habe ich für jedes Objekt oder jede Kommunikationspartnerin eine Lebenslinie, die als strichlierte Linie dargestellt wird und die Lebenszeit des Objektes repräsentiert. Was früher passiert, zeichne ich weiter oben ein und was später passiert, weiter unten. Insbesondere, wenn es auf derselben Lebenslinie passiert. In unserem Fall hätten wir also zwei Operationsaufrufe, nämlich einmal GetData und einmal ProcessData. Beide sind auf der Lebenslinie von Application und daher können wir daraus schließen, dass GetData vor ProcessData beim Application-Objekt ausgeführt wird. Wie wir bereits im vorigen Beispiel gesehen haben, beschreibt eine Lebenslinie genau eine Kommunikationspartnerin. Dabei wird am Kopf der Lebenslinie die Kommunikationspartnerin angegeben. Die Notation ist hier sehr ähnlich zu der von Objekten, nur haben wir nicht Objektname-Doppelpunkt-Klasse, sondern Rollenname-Doppelpunkt-Klasse. Das liegt daran, dass ein Objekt während seiner Lebensdauer unterschiedliche Rollen annehmen kann. Wie wir unten am Beispiel sehen, können wir wieder entweder nur den Rollennamen angeben oder nur den Klassennamen nach einem Doppelpunkt oder Rollenname-Doppelpunkt-Klassenname. Das Ganze in einem Rechteck. Dabei unterstellen wir natürlich, dass wir Instanzen von Klassen haben. Es könnten natürlich auch Instanzen von Akteurinnen sein. Dann würden wir nicht ein Rechteck, sondern ein Strichmenschchen verwenden. Der Körper der Lebenslinie ist repräsentiert durch eine vertikal strichlierte Linie. Sie repräsentiert die Lebensdauer des zugehörigen Objekts. Die Modellierung im Sequenzdiagramm oder auch in jedem anderen Interaktionsdiagramm erfolgt niemals zwischen den Klassen auf Typebene, sondern die Modellierung des Nachrichtenaustauschs erfolgt immer auf Instanzebene. Das heißt, ich benötige in einem Sequenzdiagramm immer repräsentative Objekte, die die Rollen darstellen, die ich für die Modellierung meines Anwendungskontextes benötige. Und die tatsächlichen Interaktionen finden eben auf Instanzebene zwischen diesen Rollenobjekten statt. Üblicherweise habe ich in einem Sequenzdiagramm eine Abfolge von mehreren Nachrichten zwischen den konkreten Objekten. Und eine solche Abfolge bezeichnen wir auch als Trace. Die Interaktionen zwischen den Kommunikationspartnerinnen können auch als Folge von Ereignisspezifikationen auf den Lebenslinien gesehen werden. Dazu haben wir unten ein Beispiel für eine solche Ereignisspezifikation. Es handelt sich um das Senden und Empfangen von Nachrichten, eigentlich von einem Operationsaufruf auf verschiedenen Lebenslinien oder auch auf derselben Lebenslinie. Im Beispiel haben wir als Senderin ein Application-Objekt und als Empfängerin ein Database-Objekt. Der Aufruf von GetData stellt ein Sendeereignis dar und das Empfangen des Operationsaufrufs auf Seiten des Database-Objekts ist das Empfangsereignis. Es wird eine Zeit verbraucht für die Durchführung von GetData. Es wird durch einen Block als Ausführungsspezifikation auf Seiten der Start-Up-Base-Objekts gekennzeichnet. Auch auf der Seite des Application-Objekts wird auf die Rückantwort gewartet und daher habe ich auch dort eine Ausführungsspezifikation. Dann unten gibt es auch noch einen Aufruf auf derselben Lebenslinie, nämlich den Operationsaufruf ProcessData. Die Vertikale repräsentiert im Sequenzdiagramm die Zeitachse. Das bedeutet, Ereignisspezifikationen, die sich weiter oben im Sequenzdiagramm befinden, passieren früher als Ereignisspezifikationen weiter unten im Sequenzdiagramm. Das gilt aber nur für Ereignisse, die sich auf derselben Lebenslinie befinden. Ereignisse, die sich auf unterschiedlichen Lebenslinien befinden, haben keine zeitliche Ordnung. Jedoch gilt, dass Nachrichten zwischen den Lebenslinien eine Ordnung über diese Lebenslinien hinweg erzwingen. Am besten wir sehen uns den Zusammenhang von Reihenfolge von Ereignisseintritten und Lebenslinien an Beispielen an. Im ersten Beispiel haben wir ein Beispiel dafür, dass sich die Ereignisspezifikationen auf derselben Lebenslinie befinden. Da wird eine Ordnung impliziert. Das heißt, zuerst haben wir hier die Nachricht A und weiter unten die Nachricht C. Das bedeutet, A kommt immer vor C und daher ist der einzig mögliche Trace, der gültig ist, dass A vor C ausgeführt wird. Im zweiten Falle haben wir die beiden Nachrichten A und C auf unterschiedlichen Lebenslinien. Wir haben gesagt, wenn sich Eigenspezifikationen auf unterschiedlichen Lebenslinien befinden, so wird dadurch keine Ordnung ausgedrückt. Auch wenn hier A weiter oben als C angeführt ist, haben wir keine Ordnung. Das heißt, es könnte A vor C ausgeführt werden, aber ein möglicher Trace ist auch, dass C vor A ausgeführt wird. Wir erweitern nun dieses zweite Beispiel, indem wir zwischen A und C noch eine Nachricht B einführen, die von der einen Lebenslinie zur anderen geht. Und wir haben gesagt, ein Nachrichtenaustausch zwischen Lebenslinien kann eine Ordnung bedingen. Und genau das haben wir. Nämlich auf dieser Lebenslinie gilt A vor B und auf dieser Lebenslinie gilt B vor C. Und durch diesen Nachrichtenaustausch habe ich jetzt als einzig gültigen Trace A vor B und B vor C. Das heißt, A vor B und C. Es ist nicht mehr möglich, dass C vor A ausgeführt wird. Der Kontrollfluss von normalen Objekten wird durch das Empfangen eines Signals von einem anderen Objekt oder durch einen Operationsaufruf gestartet. Im Gegensatz dazu gibt es aktive Objekte. Diese sind permanent aktiv. Das bedeutet, diese aktiven Objekte verfügen über einen eigenen Kontrollfluss, einen eigenen Prozess oder einen eigenen Thread. Das bedeutet, aktive Objekte können unabhängig von anderen Objekten, unabhängig vom Aufruf durch andere Objekte operieren. Die Notation ist relativ einfach. Auf dem Kopf der Lebenslinie habe ich links und rechts einen doppelten Rand. Zusätzlich kann ich auch noch einen durchgehenden Balken über die gesamte Lebenslinie hinweg angeben. Abschließend kann man sagen, im Sequenzdiagramm werden auf horizontaler Ebene die Kommunikationspartner, die verschiedenen Objekte eingezeichnet. Und jedes dieser Objekte, jeder Kommunikationspartner hat vertikal eine Lebenslinie. Diese Lebenslinie drückt eine zeitliche Reihenfolge aus für die Nachrichten, die von dieser Lebenslinie weggehen oder die auf diese Lebenslinie hingehen. Und diese Arten von Nachrichten wollen wir uns im nächsten Abschnitt näher ansehen.